Die meisten Jungs sind ja, aber manchmal ist es halt anders. Du bist ein... Ich bin kein Mädchen. Doch. Ich bin ein Junge. Ich muss mich nur mehr dafür anstrengen. Er hat mir gesagt, dass er trans ist. Aber wenn ich schwül bin und er trans ist, was bin ich dann eigentlich? Was gefällt dir denn an ihm? Gewonnen. Ich denke, die sind nicht. Wenn ich bei ihm bin, dann... Du bist so ein Typ. Ich weiß nicht, ich fühle mich so verstanden. Du hast doch gesehen, wie die oft ihre Handys gestarrt haben. Es wird wieder genau so sein. Nein, wird es nicht. Natürlich. Die werden mich wieder auslachen oder fragen, wie ich pissen oder Sex sagen würde. Ja, aber jetzt bin ich da. Verpiss dich mit dem scheiß Handy. Ich bin da und deswegen hast du alle Zeit dabei. Ich dich liebe. Was hast du gesagt? Ich liebe dich auch. Es ist einfach wunderschön, mein Lieber. killed bei mir. Ich bin da und das liebens, mein Lieber.